Bitte Abstimmung machen von Fußballvereins, von Regionalliga, von Aufsteigen zur 3. Liga. Was soll ich Neues aufnehmen? Bitte Kommentare reinschreiben. Sehr wichtig von Leon Schmidt. Und in der nächsten Version, ich wieder neue Videos machen kann. Beispiel türkische München. Das nehme ich nicht auf, wegen, ich kann nicht so gut Verein aussprechen. Und deswegen habe ich Saarbrücken, ich habe mich aufgenommen und VfB Lupec. Und vom nächsten Jahr 2020, 2021, 2021, das werde ich überraschen. Welcher Verein das hochkommt mit der Abstimmung machen von der Regionalliga? Was soll ich da Neues aufnehmen? 2020, 2022. Äh, 2021, 2022. 2021, 2022.